So und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Risen World der Plan war erstmal Holz sammeln für die Blockbank hier ist das Feuer im Weg hab ich gar nicht gesehen hab ich gerade gewonnen warum ich ich glaube man eigentlich durch kann man eigentlich durchlaufen oder drüber laufen oder ist nein kannst du nicht kriegt man Schaden oder so nein ich bin ich doch schon mal gut versuche zu laufen aber es geht nicht Prozent über die Fackel drüber laufen ja die Fackel die ist ja auch so auch ne klein und so erstes hätte ich auf jeden Fall gerne eine Sense ich auch ich will das ganze Gras auswählen mit dem Feuer funktioniert ja nicht sehr gut Holz damit ja Holz ich bewaffne mich mit der Axt Holz und ich weiß nicht ob er die Blumen irgendwann nochmal so f ich muss mich dran gewöhnen mit f1 zu sammeln ich gehe auf jeden Fall hier irgendwie mal hier rüber und Kartoffel weil hier mal um Bäume ich hab ein Schwein und hier rennt ein Schwein rum ja ich glaube das bringt erst was wenn wir ein Jagdmesser haben glaube ich oder irgendwie irgendwie zumindest nur ein Schwert oder sowas irgendetwas solange vertraue ich auf Karotten und Kartoffeln also hier voll ein auf Öko ja erst mal erst mal erst mal Leute erst mal voll Bio alter ja ja ey versteht das nicht falsch wir haben nichts gegen Vegetarier ne also wir haben kein Problem mit den Leuten jeder jeder gern wie er es mag und wir essen halt lieber gerne Fleisch ne Kligi ja und ich hab gedacht ich hab das Schwein getötet mit dem Baum hast du aber nicht nein hab ich nicht es rennt weiter ich weiß nicht ob wir weiße Blume weiß ich nicht kann man irgendwann Farbe machen oder so ich weiß jetzt nicht ich glaub wir müssen uns erst mal ne Kiste machen deshalb zocken wir es ja bleibend ich weiß nicht ob ich habe keine Kisten im Menü gesehen ich guck mal fix bei der Werkbank wenn ich die Werkbank finde ich glaub wir haben unseren ersten Freund na die Ziege achso die steht hier neben meinem Bett und ja weiß ich habe schon wieder einen Baum auf ein Tier geschmissen äh das ist mal auf eine Ziege ähm verschiedenes Waffen ähm so hm ich glaube ich habe jetzt genug Holz gesammelt verschiedenes Poster Laubhause 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 Goldbach Na klar Mülleimer Eisenplatte Das ist okay Mülltonne Eisenplatte ist okay Grill ich habe Hühnerfleisch eingesammelt okay wie hast du es getötet mit der Arzt ja okay und es hat aber auch nicht es hatte nur dieses Hühnerfleisch im Inventor ne Sichel brauchen wir ein Sichelblatt aber dafür brauchen wir äh von mir Schwein wahrscheinlich ne Schmiede oder sowas ich versuch gerade ein Schwein zu töten ähm ja ich habe ein Schwein getötet ähm Inventar ey alter ich habe Bacon bekommen vom Schwein okay das sieht aus wie Bacon so haha ja ich komme halt zurück nicht dass ich mich zu weit entferne äh ich finde auch nichts äh zwecks tour oder so keine ahnung ne deswegen ja ähm ich brauche Holz ich habe noch ein Schwein getötet warte mal das ist äh fast wie bei Ark ja ne 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 noch sind wir nicht gestorben dass ich das haben wir sollen Fleisch besorgen meine ich ach so ja das das ja ich habe eine Wassermelone gefunden ähm Werkbänke Blockbank 48 Holz so ich esse erstmal Tomaten Crafting weil wir haben wir hier vorne unsere Tomatenpflanzen ne ich weiß wir sehen das ja ich hab da schon ja ist gut ähm Rohstoffe Holz herstellen so müsste reichen Blockbank herstellen so Inventar ey ich bin wieder fast komplett geheilt wuhu so und wie kann ich jetzt beim Feuer ja da was rufschmeißen keine ahnung aber ich find's geil dass man die dinge überall hin setzen kann selbst ins schiefes was die blöcke die Werkbänke allgemein alles ich will doch den Becken nicht roh essen man ich will das hier rufschmeißen aufs Feuer eh wie kann ich denn das rufschmeißen rufschmeißen ah äh äh wie dreht das mit den Falters sagst du ne alles klar wieso ähm ja wo wird sich das denn hin ne das was du gerade ich kann nicht auf das Feuer irgendwas rufschmeißen ähm ich setz einfach mal daneben warum kann ich auf das Feuer keinen Bacon rufschmeißen brauchen wir da extra einen Grill für oder ähm kann sein hast du jetzt äh die Dingsbums schon gecraftet die Blockbank nein ich weiß ich bin mir immer noch nicht sicher wo ich sie hinsetze das ist alles scheiße hier das ist alles schief und krumm es ist nicht so wie ich es will ich sitze erst mal erst mal egal wir setzen die Dingsbums so nachher eh in die Hütte provisorisch geh mal einen Schritt nach rechts es dauert ein bisschen warte und da ist wuh so jetzt stein will ich auch mal sehen was hier so dran ist steine wow massiver Block du kannst sogar zwei verschiedene Farben auswählen ich nehme mal den erstes gerade oder was steinziegel wow das erste oder das zweite äh du kannst auch noch steinziegel machen oder einen Sandstein einen Zylinder oder einen halben Zylinder oder eine Rampe oder einen Bogen oder eine Treppe wie wärs denn damit und wenn ich jetzt herstellen mach machen wir mal eins ich nehme einfach mal die ganze Nummer ein Alter warum hat denn der jetzt so eine komische Farbe keine Ahnung so Inventar so ist ist okay ich stelle jetzt einfach mal komplett 29 her so viele Steine wie ich hab ja ich hab 17 und so die hier hin Blöcke wurden hergestellt und die Blöcke hab ich auf der 3 so hier ist ne schöne gerade Ebene so einigermaßen so Beispiel so ok wo hast du denn den Block hingesetzt ok hier ok ich möchte mal gucken wie mein Block daneben aussieht ja wir müssen erstmal ein Fundament machen left ah ich hab keine Steine mehr oh meins ist besser mach das weg entschuldigung mach das weg mach das weg mach das weg ja wie krieg ich den weg keine Ahnung mit der bestimmt so so jetzt hab ich aber nur diese Steine ja dann machst du damit deine Ahnung ich muss erstmal Steine sammeln he 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 sagt mir nicht was ich damit machen soll komm mal her ich will mal was ausprobieren hau mich nicht nein nicht hau dich nicht äh ähm lass dir Haare wachsen ja warte ähm streh mich an so so ah Küche möchte mit dir handeln ähm y jo äh ich gebe du gibst was möchtest du denn so guck mal hier ich hab's bestätigt bestätigen jetzt hast du Blumen jetzt müsstest du meine Steine haben ähm ja hab ich die Blöcke ja hab ich will ich aber nicht ja ist mir egal dann schmeiß sie weg da fahrst du Blumen und ich hab noch mehr Blumen finde ich jetzt solche Steine wie du gemacht hast bloß äh ja du musst mir immer sagen wie ähm ähm ja wie bei der Werkbank da hast du oben halt den Pfeil wo du denn aussuchen kannst achso und ja gute Frage ich hab mir jetzt nicht so wirklich gemerkt was ich genommen hab aber bis jetzt gefällt mir das Spiel ja könnte sogar ich hab sogar Erde gekriegt ja hab ich auch schon ein paar mal aber was man oder was wir damit machen wollen keine Ahnung könnte mir sogar vorstellen dass wir irgendwann nicht mehr nur zu zweit sind hm hm ich kenne noch ein paar andere Personen denen das auch Spaß machen könnte hm 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 so Hä? Wolltest du nicht zur Blockbank? Ja eigentlich schon Äh du hattest Stein Ziegel gemacht oder was? Pass auf Stein Ziegel Stein Ziegel Stein Ziegel und dann Den zweiten oder? Ich glaub den ganz unten Den ganz unten? Ich bin mir jetzt auch nicht mehr so wirklich sicher Irgendwas mit rot hattest du Ne das ist zu rot Das auch nicht Ich Werd einfach mal gucken Ähm Ja das sieht alles ein bisschen komisch aus hier Nicht so wie du Was Das könnte deine sein Und zwar der dritte von oben Ne der vierte von oben Ich hab jetzt den letzten unten Wo ist denn jetzt das Fundament da? Ja Ich glaube mal Ich nehm jetzt mal einen Stein Den Ich glaube Ne der ist anders Also der ist es doch nicht Warte mal Ich gucke mal kurz im Inventar Der dahin Und die drei Gut Also wenn es der ist dann müsste es Ja Der vierte von oben Gesteinziegel der vierte von oben Siehst du? Siehst du? Ja Du konntest mir nicht sagen welchen Ziegel du genommen hast Nein aber jetzt weiß ich es Ja Jetzt weiß ich es Ja ich hab Ich hätte es mir von Anfang an merken sollen Ich weiß ich bin dumm Ne das hab ich nicht gesagt Das hast du dir jetzt selber zuzuschreiben So ich hab 54 Kann ich? Ich kann auch einfach So machen Ha Geht schneller Wie groß wollen wir das überhaupt machen? Keine Ahnung Wollen wir nicht Ich Setz einfach nur deinen Boden Support hier Wie sich das anhört ne? Wollen wir ein Fachwerkhaus machen? Oder Ich bin froh wenn wir überhaupt erstmal ne fertige Hütte haben Ähm Ich hab hier Ja Einen versenkt Ja Wir können doch langsam in die breite gehen So ich hab keine Steine mehr Ja dann mach ich die eine Reihe noch zu Ende Aber dann müssen wir auch mal in die breite gehen Hehehe 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 So So Oh Weiter Steine sammeln So So müsste erstmal reichen So müsste erstmal reichen So müsste erstmal reichen ja wenn man den berg weiter auseinandernehmen ja ich bin jetzt auch mal hier hinten wo ich vorn gegraben haben bei dem anderen berg mit der höhle ich ahne schon schlimmes irgendwann haben wir ein riesiges tunnelsystem ich mag jetzt nicht mehr daran denken eigentlich muss man sich in den berg reingraben bin schon dabei ja denn für uns sollten wir die umgebung nicht so ich will keine ehrlichen stein jetzt mal um mich recht habe kann man hast du schon irgendwas gesehen zwecks eine bessere spitzhack oder so wo grabe ich jetzt zu tief muss man hier vorne ein bisschen was wegnehmen kann ich nicht alter du spielst bei mir in der luft schön beginnt ja nein eigentlich bin ich nur auf der wand hier gewesen okay was aber so komisch aus gerade ich bin rechts weiter nichts mehr weg weil ich will jetzt mal probieren irgendwie hinzusetzen okay ich bin ein wenig durcheinander gekommen mit der zeit wir sind jetzt 23 minuten würde ich sagen ist erstmal schluss ich mach mal nicht mal nicht aber ich glaube du brauchst jetzt eine halterung ja habe ich mit der 5 aber ich weiß nicht wo ich die irgendwie heransetzen kann ach so alles klar was mich deswegen noch zu ende machen du hast du auch wenn die folge wieder 23 minuten 30 minuten geht ja und ich bin schon total überladen glaube ich also du hast es auf jeden fall leichter als ich vorne im hohen gras da hinten ist bestimmt noch eine halterung wieder wartet um benutzen soll ist auch geil ne ich habe unsere höhle mal beleuchtet aber jetzt jetzt will ich auch ich habe auch noch eine halterung glaube ich nein habe ich nicht schade aber wir haben noch hier vorne schon wieder licht ja 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 okay dann werden wir mal die folge beenden in unserer in unserer steinmine so nenne ich sie mal in unserem steinbruch ich habe da nur sand gekriegt ja wir brauchen aber dringend eine kiste wo wir unser zeugladen können ja aber trotzdem ist es jetzt erst mal dein part ich warte ja also dann würde ich sagen bis zum nächsten mal und ne 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 so reingehauen tschau